Der Raum ist vielschichtig und die Verhandlung dazu muss es eigentlich auch sein. How much social structures are embedded in the code? M-A-M-A-G M-A-G F-A-M-A-G Wie wird denn eine Emotion produziert, auch von dir als Publikum? F-A-M-A-G Start from difference rather than add difference. Wir sind das Femma-Kollektiv und dies ist der F-Podcast. In diesem Podcast besuchen wir ArchitektInnen und KünstlerInnen an ihrem Arbeitsplatz und sprechen über Methoden der Raumschaffung, über individuelle Lebensläufe, Netzwerke und Strategien. Uns interessieren insbesondere junge und kritische AkteurInnen, die sich im weitesten Sinne für die räumliche Komponente von Gerechtigkeit einsetzen. Denn wir sind auf der Suche nach neuen Rollenbildern und nach neuen Arbeitsweisen für die Architekturlehre und Praxis. In der ersten Reihe stellen wir vier räumliche Positionen aus den Bereichen Architekturentwurf, Critical Mapping, Radio und immersives Theater gegenüber. Lass uns diskutieren, ob diese Positionen uns helfen können, die Diversität, die wir auf den Straßen sehen, in die Architektur-Unis und Planungsbüros zu bringen. Wir wünschen euch viel Spaß! Es ist ganz schwer, die Bilder im Kopf, was ist eine Zeichnung, noch nicht mal zurückzusetzen, aber erst mal eine Frage zu stellen. Er hat auch darüber gesprochen, wie er die Begründung macht, das war sehr interessant, weil es über die Begründung macht, wie man die Begründung benutzt und ein sehr langes Engagement mit dem Ort, mit dem Ruhm und der Atmosphäre. So his site visits take two or three days of just really concentrated engagement with the space. And that felt like a really beautiful thing to do. That felt like something that would be really nice for all architecture students to do. What's the feminist quality about it? I would go with it's a radical rethinking of how we address the conditions in which we live. Understanding that through the lens of race, class and gender and how those things intersect, and then understanding how that could inform media. Das ist irgendwie auch was, was wir beiden immer so haben, dass wir schon so sagen, okay, klar erreichen wir jetzt irgendwie so die Boys aus unserem Cluster oder so mit diesem Thema und die lesen vielleicht auch feministische Texte und sind auch vielleicht dann auch mal bereit zu gendern oder so. Aber was ist mit unserem Täter? So, genau. So, they were performing what they imagined designing in it, and they were walking around it as if what they built was there and talking about it. And we talked about whether you could design a building just by using words. So, let's go with them. pon up m a plug. pon up m a plug. wir Our menace